Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein ganz besonders tolles Öl, eins meiner Lieblingsöle, und zwar live your passion. Weil Passion ist einfach ein großes Thema für mich. Ich habe eigentlich schon mein Leben lang meine Leidenschaft gelebt und auf mein Herz gehört. Ich kann es mir jedem raten, einfach in die Intuition zu gehen, auf sein Herz zu hören und einfach seine Leidenschaft zu leben. Denn ich glaube ganz fest, dass man nur so glücklich sein kann und auch andere damit glücklich machen kann und einfach ein tolles Leben führen kann. Live your passion ist eine ganz tolle Mischung aus neuen ätherischen Ölen, die dich dabei unterstützen, deine Leidenschaft zu leben, die Begeisterung zu spüren und einfach dich zu bestärken in dem Gefühl, das zu tun, was dich glücklich macht, was dir Freude bringt und was dir Begeisterung bringt. Ich bin hier so auf hoher Seelen, da hat man so ein Gefühl von Freiheit, von Glück. Und das ist ganz toll, diesen Duft dabei noch zu riechen, der das einfach noch verstärkt und der einfach hohe Freude bringt. Da sind ganz tolle Öle mit drin, Weihrauch, Orangen, Sandelwoll, Muscat. Das ist eine ganz tolle süße Mischung, die wirklich einzigartig riecht. Ich trage es mir mal auf. Auf die Handgelenke, auf das Herzchakra. Und dann inhaliere es ganz tief. Und man spürt so richtig, wie es einfach diese Gefühle noch verstärkt und dieses Glück und diese pure Lebensfreude. Und ja, ich möchte gern mit dir dieses einzigartige Umfeld hier teilen, so mitten auf hoher See. Ich bin gerade auf dem Weg nach Marokko und ich habe es noch nie erlebt. Und es ist einfach wirklich toll, weil ich liebe das Meer und ich liebe die Freiheit. Und hier so mitten auf hoher See hat man wirklich so ein Gefühl von Freiheit und es bringt so ein ganz tiefes Glück. Und dann noch dieser Duft, das ist wirklich ganz toll. Wenn du auch diesen Duft mal riechen möchtest und die Begeisterung und Passion in dir wecken möchtest, dann schreibe mich gerne an. Ich schicke dir gerne eine Duftprobe. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Und natürlich auch über einen Daumen hoch. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!